Herzlich Willkommen bei Wurzelheimat mit meinen Kollegen Otto Altmann und Manfred Johann Lorenz. Wir haben ein heutiges Thema, das sehr wichtig ist, Klänge für die Seele und dazu haben wir wundervolle Gäste. Wir haben Martin Zelz, Alfons Hasenknopf und per Zoom zugeschaltet unser Special-Gast Rasmus Gaub-Berghausen. Hallo, Klänge für die Seele, Alfons. Wir haben heute die Bayerischen, alle die hier sitzen, wenn wir die mit dazu nehmen, weil du bist am Rande, sind wir alle ziemlich bayerisch verwurzelt. Musiker, die alle in Mundart spielen und ihre Seele damit Ausdruck verleihen. Alfons, du bist in der Nähe aufgewachsen, in Altötting, lebst jetzt glaube ich in Neuötting, wobei wir eigentlich jedes gleiche. Denkst du denn, dass diese Mundart, du hast ja auch überlegt, wie du später, wenn du musisch spielst, auf Mundart zurückgreifst, weil man denkt mir am Anfang ja immer, ja, die habt hier ein begrenztes Publikum, den wir vielleicht verstehen. Aber muss man denn bei der Musik tatsächlich jedes Wort verstehen oder geht es darum, was da an Schwingung, was da an Gefühlen mittransportiert wird? In den meisten Fällen geht es darum, was mittransportiert wird, weil wenn du überlegst, wie viele Leute kennen nicht Englisch und hören sie aber englische Musik und fühlen sie da einfach wohl oder das Lied berührt mich und wissen aber gar nicht so richtig, was da eigentlich inhaltlich gesagt worden ist. Also im Grunde genommen ist die Herzenssprache die Sprache, die die Musik eigentlich dann eben auch transportiert und dann rausbringt und auch zu den Leuten bringt. Also wir waren ja auch schon in Norddeutschland oder so, die Leute haben schon gesagt, sie verstehen uns jetzt so nicht alles, aber es kommt halt das rüber, was halt rüberkommen soll und das ist halt das Gefühl. Und ich glaube, das ist eh das Wichtigste, was wir Musiker transportieren sollten und auch dürfen, das ist einfach schön. Wir haben ja eine Zeit der Krise, Menschen sind ein bisschen verwirrt, verunsichert, über die Medien läuft viele Themen, die vielleicht Angst machen und nicht direkt Orientierung geben können, weiß man ja so richtig, wie er soll er sich verhalten, soll er sich wegspüren, soll er nicht wegsperren. Wir sind wieder auf uns zurückgeworfen, auf uns selber und glaube ich, deine Lieder, die du magst, weil du hast ja auch nicht unbedingt eine leichte Kindheit gehabt und auch mit viel Schmerz und Leid, sage ich mal, durch Phasen durchgegeben müssen in deinem Leben, die auch prägend mit Sicherheit waren, die vielleicht auch deswegen prägend waren, weil man dann vielleicht auch sich wieder mehr zurückzieht und dann auch im Inneren entdeckt, da ist noch mehr als das, was mich da draußen vielleicht verletzt hat oder was auch mit zukommt. Was waren denn deine ersten Lieder, was du gespannt hast? Aha, du hast ja am Anfang ja für dich allein was gemacht, okay, ich spüre jetzt einmal für mich und dann hast du ja spannend, aha, das scheint ja andere Menschen auch zu interessieren, was ich da mache. Das erste Mundart, also richtig für mich selber, wo ich praktisch mein Leben eigentlich ein bisschen aufschreiben wollte, unabhängig davon, ob ich damit auf die Bühne gehe oder nicht, das war 2005, da war ich auf einer Hütte im Borischen Wald, vier Wochen war eingeschneibt und habe diese Erfahrung gemacht mit mir selber zum Sein, ohne Kontakt zur Außenwelt, vier Wochen lang, das war schon extrem, also wirklich eine extreme Erfahrung, die ganz tief gegangen ist, du blärst halt, da bist du wirklich ein paar Tage am trenzen, und du drehst da alles raus, weil da kommt auch alles wieder her, was so war und das war so interessant, weil danach, das ist, was sich dann gelöst hat praktisch, das ist dann in musikalischer Form dann wieder aus mir rausgekommen und das war halt so schön. Nach wie vor war nicht der Gedanke, da eine CD zu machen oder mit der Lieder auf die Welt, also auf die Reise zum Gehen oder sowas, sondern nur mal für mich, aber dann kommst du natürlich heim und hast die Lieder im Sackerl, weil du das aufgenommen hast dann auf der Hütte und spielst das natürlich Familie, Freunde vor und die haben dann alle gesagt, wow, hey, da musst du auf die Bühne damit und ja. Ja, weil du hast ja gesagt, du bist ja in der Hütte natürlich erst einmal einen Tag gebraucht, bis du überhaupt angekommst, bis du einmal organisiert hast, den zweiten Tag noch ein bisschen, ja, ein bisschen abgekommen. Genau. Dann hast du auch Spaziergänge gemacht, auf Nacht den Sternenhimmel angeschaut und so weiter, da sind natürlich dann Lieder entstanden, hast du gesagt, okay, ich lasse mich einfach fallen, ich löse mich und lasse das in mir reinkommen. Genau. Dass das einmal arbeiten kann. Da sind ja, wie gesagt, wunderschöne Stiekel passiert und ich habe ja auch ein bisschen verfolgt da deinen Auftritt damals in Zirkus Krone, da gibt es eine Aufzeichnung davon. Und wenn man sich dann eben als Künstler da auf dieser Bühne steht und diese Reaktion von den Leuten zeigt, wie geht es dir denn da? Das ist machtig. Das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Das ist ein unbandiges Gefühl, wobei eben die Stimmung auch, und das hat auch die Chefin vom Kronebau gesagt, und das hat es noch nie so gegeben im Zirkus Krone, so eine Stimmung. Und deswegen haben die auch dieses einprägsame Beudel, wo sich praktisch alle Leute handtisch verbunden haben, mitgesungen haben oder sowas, haben die auf die neue Homepage als Opener praktisch drauf da. Und das ist natürlich schon sehr schön gewesen, weil das zeigt halt einfach, was Energie macht, was wirklich so, wenn man sich rausgibt, authentisch mit der Freiheit, die du hast und auch so auf die Bühne gehst. Und wir waren ja wirklich so, das war für uns wie, keine Ahnung, 100 Jahre Weihnachten auf einmal, also da drum zu stehen und die ganzen Leute, dann so Orchester dabei und, 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 und. Also, und das hat sich durchgezogen, durch alle Leute, also das, da hat sich keiner irgendwie erwehren können, aber es war so schön. Ja, ich habe ja die Zähne noch im Kopf, als du da stehst und sagst, jetzt nehmt ihr euch, bitte, ob ihr euch kennst oder nicht, den linken, den rechten in die Hand und, und dann spielen wir los und, und dann gehen wir ins Gefühl rein. Und der Südkmaler, für das Liedl, glaube ich, hat man dann auch kein Barborisch nicht verstehen müssen, das war ja selbstverständlich, was da rumkommt. Ein Künstler hat, hat der Künstler eine Aufgabe, dass er etwas transportiert, das man mit dem Verstand nicht transportieren kann? Ich sehe das schon so, dann ist er Künstler, also in der, in der Form alles, was halt, es gibt so viele Musikarten und so viele, naja, Mainstream-Sachen oder sowas, wo ich sage, gut, da ist ein Spaßfaktor vielleicht dahinter, der die Leute auch gut tut, aber ein Künstler, glaube ich, denkt schon viel tiefer rein in das, was er macht und warum er es macht. Und, 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 umso schöner ist natürlich eben auch für den Künstler, wenn er dann merkt, dass das, was er macht, dann eben auch dementsprechend bei den Leuten ankommt oder die Leute berührt oder die Leute mitnimmt oder halt einfach irgendwas auslöst dadurch oder so, das ist das Schöne. Genau, und eben, dass wir die Sendung haben, Klänge für die Seele, können wir jetzt zwar theoretisch immer alles abglauben, zusammenglauben und herrichten, auf Hochdeutsch, wir können noch länger darüber diskutieren. Aber wir wollen natürlich jetzt das einmal auch hören von dir, da hast du ja was mitgebracht, deine Gitarre hast du dabei, da hast du auch deine Mund-Amonika mit dabei. Fotz-Hobin, sagt man. Fotz-Hobin, genau, und wollen wir mal schauen, was dieser Fotz-Hobin da so rausbringt dann aus dir oder du aus ihm, oder? Schauen wir mal, was er tut, der Fotz-Hobin. Ich habe einen Jodler mitgebracht, weil das für mich eigentlich so die schönste Ausdrucks-Sprache ist, also ein Jodler ist einfach nur, ja, das ist die Seele der Töne, sag ich jetzt halt immer, weil der geht halt einfach viel tiefer, das können Worte nicht beschreiben, was ein Jodler beschreiben kann. Und deswegen, der ist auch aus dieser Zeit, aus diesen vier Wochen von 2005, wo ich auf der Hütten war, ist praktisch am letzten Abend entstanden. Und das ist für mich eins der schönsten Geschenke, seitdem ich Musik mache, ist dieser Jodler, der mir da reingefahren ist, sprichwörtlich am Abend. Daheim kommen wir Jodler. Okay. Okay. Und das ist es für mich. Dies ist für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 das ist sehr, sehr alt, also die Chinesen wissen das schon seit knapp 2000 Jahren, das ist einfach so, dass dein Herz nie gleichmäßig schlägt. Das hat nichts mit Herzrhythmusstörungen oder irgendwelchen Krankheiten zu tun, sondern man kann es mit der Lebendigkeit des Herzschlages vergleichen. Das heißt, wenn ich jetzt den Zeitabstand von einem Herzschlag zum nächsten und dann den nächsten zum übernächsten messe, kann ich immer messen, wie schnell ist der Puls. Im Pulsmund glauben wir, der Puls ist immer gleich schnell, geht ein bisschen rauf, wenn wir, keine Ahnung, aktiv sind, gehen wir runter, wenn wir langsam sind, aber es geht nicht um die Schnelligkeit, sondern es geht um den Unterschied. Das heißt, ein Herzschlag zum nächsten braucht vielleicht 700 Millisekunden, der nächste 820, der nächste 950 und so variiert der. Und je variabler dieser Herzschlag ist, desto anpassungsfähiger bist du zum Stress, desto schneller kannst du, wenn jetzt irgendeine Belastung auftritt, sei es eine Verkühlung oder eine körperliche Beanspruchung oder was auch immer, schweres Essen, ganz egal was, je variabler der Herzschlag ist, desto besser kannst du das abpuffern. Man kann das vergleichen wie mit einer Pflanze. Wenn eine Pflanze total flexibel ist, jung ist, dann kommt der Sturm, legt sie sich von mir aus auf den Boden, ist durchrum vorbei, dann steht es wieder auf und es ist nichts passiert. Wenn du aber ein knorriger, alter Baum bist, dann kannst du tausend Jahre von mir aus im Wald stehen, es darf nur kein Sturm kommen, weil wenn der Sturm kommt, dann kannst du dich nicht anpassen und er bricht. Das ist die Variabilität und diese Variabilität ist nicht unbedingt altersabhängig. Du kannst 70 Jahre alt sein und eine wahnsinns Variabilität haben. Du kannst 30 sein und schon den ersten Herzinfarkt haben, weil je geringer die Variabilität ist, desto sozusagen, desto schlechter ist es für uns Menschen. Und das ist die Herzratenvariabilität. Ja, du hast ja in deiner Arbeit, du sprichst ja vom Sound of Soul. Ja, das ist, also was ist die Seele? Da können wir es natürlich esoterisch irgendwie ausholen. Für mich, ich bin zwar aus dem Verein hier ausgetreten, sozusagen der Religiöse, aber wie auch immer, für mich ist die Seele, ist die Verbindung meiner Selbst zur Lebendigkeit. Ich bin ja ein Kind der Natur und etwas verbindet mich ja mit der Natur. Und das ist für mich die Seele. Also darum habe ich Sound of Soul genommen. Und jetzt ist es so, wenn man in die Physik geht, ganz einfache Beschreibung, wenn du eine Stimmgabel anschlägst und eine zweite Stimmgabel hast, dann schwingt die ja mit. Dann schwingt die von selber an. Das ist ein Resonanzphänomen. Und jetzt können wir uns selber wie eine Stimmgabel betrachten. Das heißt, wenn wir so ein schönes Lied hören wie vorher, da schwingt eine Stimmgabel und wir schwingen sofort mit. Das heißt, für mich ist, ich habe Sound of Soul genannt, weil wir ein offenes System sind. Das Einzige, was uns ablockt, ist unser Denken, unsere Konditionierung. Aber unser ganzes Herz, unser ganzes Wesen, unser Wasser vor allem, ist ein offenes System und wir reagieren da drauf. Und Sound of Soul halt deshalb, weil die Sound, das steht halt für Schwingung, dass wir einfach in Verbindung sind mit allem, was uns umgibt. Also darum habe ich das so genannt. Rasmus, ich muss jetzt die Kleine was sagen, die Schwingung Wasser, Rasmus, weil wir ja 70 Prozent aus Wasser sind und wenn die Schwingung passt, dann ist ja meine oberste Auslaufstelle meine Augen. Also das heißt, wenn die Schwingung so ist, dann läuft mir das Wasser bei den Augen raus. Das habe ich noch nie gehört, dieser Ansatz, aber das ist super. Sehr gut, ganz genau. Es gibt im Sufismus den Satz, wahre Erkenntnis geht durch die Träne. Wenn du wirklich was berührst, das heißt jetzt nicht irgendwo rumjammern oder so, aber wenn dich wirklich was berührt, dann ist das einfach eine Emotion, eine Bewegung und drückt sich in der Träne aus. Also das ist ganz sicher richtig. Um mir jetzt gleich in Tränen auszubrechen, machen wir einen kurzen Schwenk nochmal raus. Rasmus, du kannst ja vorbereiten, wir wollen ja von dir dann nochmal das Ganze live hören, wie dein Herz, welche Musik das erzeugt. Aber zuvor möchte ich natürlich zu unserem Martin kommen. Servus. Servus Martin, genau. Martin, du bist ja auch ein waschechter Niederbayer, bist zwar jetzt nicht mehr in Niederbayer, da bist du ein bisschen hier ausgepüxt zwischen, ja. Ich lebe in Österreich. In Österreich, irgendwann, von Wien und Linz. Zwischen Linz und Wien an der Donau, also die Donau wird beibehalten. Du hast ja da einen guten Platz ausgesucht, ich habe mir einen Wohnwagen gesucht. Nein, einen Waggon. Einen Waggon, ein Waggon, ja. Ich habe einen Waggon mir bauen lassen von einer in Österreich ansässigen, ganz, ganz tollen Firma. Für die ich jetzt hier keine Werbung mache, aber die baut tatsächlich für ihre Kunden ganz nach ihren Bedürfnissen solche kleinen 33 Quadratmeter Häuser auf Rädern. Und diesen Traum habe ich mir erfüllt. Ende 40 war ich, als ich gesagt habe, Mensch, irgendwas, wenn du es jetzt nicht machst, machst du es nicht mehr. Und bin aus Deutschland weg, bin nach Österreich, das ist ein Land, das ich einfach sehr liebe und wo ich schon sehr viel Zeit verbracht habe und habe mich dort niedergelassen und schreibe dort jetzt meine Bücher und meine Musik. Ja, du bist ja, du hast ja Musik studiert, du hast ja als Musiker, als Komponist, als Autor, du hast ja ein Buch geschrieben und du warst ja irgendwie, was weiß ich, Leitung, Theater, Pfütze in Nürnberg. Ja, ja, ich habe 20 Jahre in einem, oder an einem Theater für Kinder und Erwachsene in Nürnberg gearbeitet, Theater Pfütze heißt das, und habe das teilweise auch geleitet. Und was mir gut gefallen hat von dir auf deiner Homepage und was wir gesprochen haben, weil du sagst, der Spruch ist zwar nicht direkt von dir, aber der passt auch genau zu dir, weil du sagst, die Musiker oder die Künstler, Komponisten, Musiker, würde ich es ein bisschen erweitern, das sind so etwas Ähnliches wie Architekten des Himmels. Ja. Haben wir vorher, glaube ich, gerade gespürt bei dir, Alphons, dass da hier irgendwas durchkommt, das, was miteinander verbindet und was eigentlich so nicht, sage ich mal, sichtbar werden kann, aber was man schon spürt. Also ich glaube, man sagt den Leuten, die Theater machen, nach, wenn man im Theater ist, gespürt man, was es heißt, ein Mensch zu sein, die ganze irdische Komponente. Und ich habe immer das Gefühl, wenn es dann um die Musik geht, und idealerweise für mich natürlich um auch die Verbindung der beiden Sachen, das war immer mein Leben, wenn es um die Musik geht, ist für mich unglaublich viel noch der Himmel mit dabei. Und ob wir die Architekten des Himmels sind, wir Musiker, weiß ich nicht genau, aber in jedem Fall ist das, was durch uns hierher kommt, nicht nur eine Sache der Erde. Das ist ja ja Botschafter des Himmels vielleicht noch besser. Ja, vielleicht so. Ich tue mir schwer, es noch weiter auszubauen. Ich glaube, das Wort, Musiker sind die Architekten des Himmels, ist mir fast schon wie eins, da muss ich fast schon einen Punkt machen, weil ich es gar nicht erklären kann. Und ich spiele es natürlich sofort, wenn jemand wie den Alfons her oder wenn ich selber spielen darf. Eben, da haben wir jetzt genau beim Punkt, wir haben es wieder in der Theorie, jetzt wollen wir natürlich wieder in die Praxis reingehen, weil das, was wir im Kopf nicht verstehen, das wollen wir natürlich jetzt im Gefühl haben. Und du hast eine tolle Maschine mitgebracht. Das ist jetzt kein UFO für die Zuseher, die das noch nicht kennen, sondern es ist ein relativ neuartiges Musikinstrument. Ja, das ist die Handpan von Schweizern entwickelt, die es Hang genannt haben. Und das gibt es jetzt schon ein bisschen, aber noch keine 20 Jahre, glaube ich, oder um die 20 Jahre, vielleicht täusche ich mich, möge man mich berichtigen. Und es ist ein Instrument, das von den Steel Drums mit herrührt, ein Percussion Instrument, aber auch ein melodisches. Und manche nennen es auch den singenden Wok. Und so ist die Schweizer, die Erfinder, Hang nennen, wurde es später Handpan, die Handpfanne genannt. Genau. Und schauen wir mal, was für ein Herzrhythmus aus dieser Handpfanne kommt. Und ein ganz neues Sang- und Klangerlebnis. Und bitte. Ja, ich sage nur kurz dazu, es heißt Alte Märchen und hat was natürlich mit dem kleinen Kind zu tun, das jeder von uns so mit sich hat, den kleinen Jungen, das kleine Mädel. Und die Liebe zu den Märchen und häufig natürlich in dieser Zeit, in der ich vieles versuche, in meinen Liedern bayerisch mir von der Seele zu schreiben, natürlich auch damit zu tun hat, dass man immer das Gefühl hat, man hätte einem die alten Märchen genommen. Und wo sind denn die neuen? Und wie kommen wir denn zurecht mit der ganzen Unordnung? Ich finde, Musik ist auch ein super Mittel, um Ordnung zu machen. Es ist eine herrliche Ordnung. Ja, aber sichtbar zu machen, gell? Ja. Ja. Ja, Bari. Servus, kleiner Muck, geh bitte, hol ich mich wieder zurück zu dir. Rumpelstilchen, komm, spinn zu weinen das Wasser um in mir. Solang las ich mir schon das Blaue vom Himmel im Kopf verbieren. Solang, glaub ich schon, der Mönchhausen kennt endlich sein Zopf verlieren. Und auf so manche Frage gibt's halt leider kein Wort. Pinocchio, du musst sterben, bei Fuchs und Kater sind die Herren der Welt. Sie haben ein Brennholz gebraucht, auf deine Kinderknochen raucht das Geld. Die Schneekönigin hat der Pechmarin 39 Reiber gestohlen. Eine Feindnung. Die hält dem Kaiser sein Gewand und sein Landwürze da führt der Teufel heuen. Und zu mancher Antwort gibt's halt leider keine Frage. Ich lass mich vom Eisenhans verwandeln. Vom Sintbad mit seinem Vogel greif verbandeln. Wo sind meine alten Märchen hin? Warum macht's so a Wirklichkeit Kein Sinn gar kein Sinn. Gewölf sucht deine Brüder und ich sing ganz neue Lieder von dir. Und ich geh über mein Brück ich will so lang schon wieder zurück zu mir. Ich seg mich so gern an meinem Ofen mit Kerzen und rotem Wein. mein Geschicht soll doch lehm und nicht voll von Dämonen und Toten sein. Und auf manche Antwort gibt's halt leider keine Fragen. Die Alice hat ihr Wunderland verlassen und find nicht Haus durch unsere dunklen Gassen. Wo sind meine alten Märchen hin? Warum macht's so a Wirklichkeit kein Sinn? Gar kein Sinn! Ich hab heut drei Schmetterlinge g'sehn. Ja. Ich hoffe, dass wir bei dir Rasmus Schmetterlinge auch im Bauch bekommen. Wenn wir deinen Herzschlag hören und zwar auf eine Art und Weise, wie man wahrscheinlich so noch nicht gehört hat. Zumindest die, die nicht kennen. Ja, wunderbar. Toll, wie du dir das Hang spielst. Ganz schön. Gefällt mir ganz gut. Ich versuche das auch, aber mit Singen zusammen, das ist sehr schwer. Das ist toll. Ganz begeistert. Ja, also von meiner Arbeit ist es ein bisschen anders. Es ist natürlich genauso Herzensmusik wie das, was wir gerade gehört haben. Ich habe mir einfach gedacht, ich möchte was entwickeln. Du hast gesagt Erfinder. Ich bin nicht der Erfinder. Der Erfinder, das ist sicher schon 40, 50 Jahre her, dass man versucht hat, Körperschwingung in Klang umzuwandeln. Ich sehe mich eigentlich mehr als eine Hebamme, die das in die Welt bringt, weil ich arbeite mit ganz vielen tollen Menschen und Forschern zusammen. Das ist so mein Reichtum, dass ich einfach immer wieder ganz tolle Menschen treffe. und von Maximilian Universität in München über in Graz hier verschiedene Universitäten, verschiedene Forscher, viel in Russland natürlich auch und ich versuche das einfach zusammen zu bringen und da mein Background eigentlich auch die Musik ist, weil ich komme ja auch von einer Familie, die viel musiziert. Mein Vater ist jetzt in Pension, war Gitarrenprofessor und wir haben auch eigentlich immer sehr, sehr viel Musik im Haus gehabt und ich selber oder sie selber unendlich schön ist und das ist einfach der Herzschlag und das ist das Fantastische, ich kann den Herzschlag eines Menschen nehmen, auch wenn der sehr schwer krank ist, wenn ich den Klang umwandle, umrechne, können die unglaublichen und schönsten Klangfolgen entstehen und ich kann ein sexy junges Topmodel anschließen und wenn das im Kopf ist, kann es mich derart langweilen von den Klang folgen, das ist gar nicht so, also es ist ganz was anderes, das heißt in dem Moment, wo du in Einklang gehst, Einklang, da sind wir schon wieder bei der Soul, bei dieser Resonanz, dann entstehen eben diese unglaublich tollen Sachen und das habe ich dann entwickelt über die Jahre und der Emoter hat das sehr gefördert, wir haben das in 26 Ländern und haben das von München vom Kinderwunsch Zentrum über alle möglichen medizinischen Bereiche bis zum Heilpraktiker und Menschen die das einfach anwenden und ja also zeige ich euch mal wie das funktioniert ich kurz meinen Bildschirm freigeben weil es ist so wenn jemand sagt jetzt nimmt jemand den Herzschlag ab dann meint man das kann wenn man den Herzschlag vermutet aber du nimmst diesen Herzschlag ab und jetzt hören wir ganz was anderes ja genau also es ist so ich habe hier mein Bildschirm freigegeben ich glaube ihr seht das jetzt muss ich nur kurz scrollen weil das ist einfach einer der vielen Vorträge ich scroll kurz durch nur dass das Verständnis mal da ist damit man überhaupt hört was passiert also Herzraten Vabilität haben wir vor gehabt das heißt das Herz ist variabel im Herzschlag das kann man hier so schön in diesem Streudiagramm darstellen und jetzt ist es so jeder Punkt ist nicht ein Herzschlag sondern ist das Verhältnis von zwei Herzschlägen das heißt wenn ich jetzt hier drauf gehe und irgendeinen Punkt wähle dann ist der eine Abstand war von mir aus 720 und der darauffolgende war von mir aus 840 und dann entsteht ein Punkt und je variabler die aufeinander folgenden Herzschläge sind desto größer die Wolke wenn du jetzt immer denselben Herzschlag hast sagen wir 800 Millisekunden 801 Millisekunden dann hättest du hier einen Punkt dann kommt der nächste mit 803 Millisekunden der vorher 101 Millisekunden und hast den nächsten Punkt der nächste ist 804 Millisekunden dann wäre die ganze Punkt wolke total dicht wenn du aber sehr variabel bist ein Herzschlag 700 der nächste 900 der nächste 1200 Kinder haben bis zu 600 700 Millisekunden Herzraten Variabilität die können einen riesen Unterschied haben vom Herzschlag das heißt dann ist die Punktwolke ganz ganz groß und jetzt ist das ganz interessante in dem Moment wo du anfängst zu denken zu fokussieren wird der Herzschlag gleichmäßiger da engst du dich ein das heißt das Hirn materialisiert das bringt es zwar auf den Punkt aber wenn du ständig nur im Kopf bist trainiert man das Herz in den Herzinfarkt das ist ja einer unserer Hauptkultur Probleme dass wir Todes der Sache Nummer eins sind der Herz Kreislauf Problem und jetzt ist es so wie heißt das das ist die Herzraten Variabilität und in dem Moment wo du anfängst aufzuhören das deutsche Wort aufhören heißt ja beenden heißt aber auch auf etwas hören das heißt in dem Moment in dem Moment geht das Herz von selber wieder auf es wird variabel und schwingt mit dem Umfeld einfacher mit also das mal so zur technischen Umsetzung ist einfach so wie gesagt wenn du eine Stimmgabel anschlägst schwingt die zweite mit die dritte die vierte die fünfte das kann man ganz einfach auf einem Klavier probieren also für die die jetzt ein bisschen mit Musik zu tun haben wenn du ein ich kann das hier zeigen ich hoffe ihr seht das wenn man wenn man jetzt das C anschlägt dann schwingt automatisch dass man die anderen Cs überhaupt nur angeschlagen hat schwingen die alle von selber mit das kann man probieren wenn man zu Hause ein Klavier hat macht den Deckel auf drückt aufs Pedal damit die mit dem Fingernagel über die Seiten gehen und sehen dass jedes nächste C automatisch in eurem Finger rattert das ist ein Resonanzphänomen weil das ist der erste Oberton und der schwingt am stärksten mit der hat dieselbe Information also ich will jetzt nicht zu viel erzählen aber das ist so wie es funktioniert und jetzt ist es so um da mal runter zu scrollen damit man das versteht das heißt ich schlage hier das C an von mir aus und jedes weitere C schwingt von selber mit eigentlich bis in die Unendlichkeit jetzt kann ich daher gehen und sagen schaut ein menschliches Herz das schwingt im autonomen Nervensystem zwischen 0 und 0,4 Herz das ist einfach Sympathikus Parasympathikus für die die ein bisschen in dem Bereich schon geforscht haben ist das natürlich ein ganz tolles Forschungsgebiet und das ist sozusagen das kann man sagen ist jetzt wie diese Taste C und wenn ich die jetzt anschlage ja also man schlägt den Ton an und jede weitere Stimmgabel schwingt von selber mit so wie die Seiten und Klavier und jetzt sehe ich das menschliche Herz ich habe hier Elektroden am Körper das kann ich nachher nochmal zeigen das heißt ich messe sozusagen nehme die Stromspannung ab nehme die Schwingung ab und jetzt ist das der Schwingungsbereich das ist so wie die Stimmgabel das ist das menschliche Herz das ist der Bereich den wir hören wie zum Beispiel die Gitarre oder die Hang und das ist der Bereich den wir sehen also die Terraherz das sind einfach Trillionenherz und jetzt müssen wir sich vorstellen das Herz ist wie eine Stimmgabel das schickt dir eine Schwingung raus und die andere Stimmgabel auch wenn sie viele Oktaven höher ist sagt hallo ich bin ja genau dasselbe ich bin nur viele Oktaven höher ich erkläre es immer so mit dem Buchstaben A wenn ihr den Buchstaben A ganz groß an die Wand malst und den klein in eurem Heft lest in eurem Buch dann lest ihr nicht mehr A nur weil es groß an der Wand steht die Information ist dieselbe oder ganz einfach das A an und wenn ich das weiter hoch oktaviere immer weiter verdopple die Schwingung wenn ich irgendwo bei Trillionen Hertz und wenn ich das durch die Licht Geschwindigkeit dividiere dann habe ich okay jetzt jetzt gebe ich den nächsten Bildschirm frei das heißt okay das heißt ich habe hier das ist einfach eine Software die wurde geschrieben ich bin selber ich kann es nochmal ganz kurz da kann ich nachher zeigen auf jeden Fall ich habe Elektroden am Körper das wird abgeleitet ich gehe jetzt hier hinein schreibe einfach meinen Namen rein suche mir die Klänge fange von mir aus mit den Hafen fangen wir meistens an aber ich kann alles spielen wir haben auch die Hang schon drin aber ich habe sie heute nicht vorbereitet hätte ich das gewusst hätte ich mit meinem Herzen Hang spielen können aber jetzt spiele ich mal die Harfe und wie auch immer das heißt ich wähle jetzt die Harfe aus drücke hier Start und jetzt habe ich die Möglichkeit jetzt schauen wir mal ganz kurz hier hier seht ihr schon unten meine Herzschläge hier jetzt bin ich gerade sehr im Kopf weil ich euch was erklären muss das heißt es ist ziemlich zu und je mehr ich in den Kopf Moment wo ich anfange aufzuhören hinzugeben da geht das Herz von selber auf und jetzt kann ich eben hier mein Puls ist auch ein bisschen hoch weil ich jetzt gerade so viel auf einmal mache gut und das heißt ich gehe jetzt hierher und kann jetzt mein Herz Hafen spielen lassen Und das Ziel ist natürlich, dass das Herz immer größer wird. Und wir haben das, ich mache das jetzt wieder mal leiser. Die Hafen sind ganz einfach und manche Menschen sagen, oh, das ist ja langweilig, ich schlafe ein. Dann sage ich, Friede und Entspannung und Heilung ist langweilig, weil da musst du total in der Ruhe sein. Der Intellekt will ja immer Unterhaltung. Das deutsche Wort Unterhaltung hat der Peter Ferreira schon vor vielen Jahren gesagt. Kennt man vielleicht von Wasser und Salz, Himalaya-Salz. Der hat gesagt, Unterhaltung ist untenhalten. Der Intellekt will immer unterhalten werden. Und in dem Moment, wo du loslässt, gehst du eben in Resonanz und gehst in die Heilung. Und spielen, hier kann man dann natürlich noch live sehen, Sympathikus, Parasympathikus, Stresslevel, die ganzen medizinischen Sachen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich mache mal kurz die Stoppe. Aber das Schöne ist, du kannst alles spielen. Also ich kann Geige spielen und ich kann hier, ich habe jetzt gerade letztes Wochenende eine wunderschöne Aufnahme gemacht bei mir selber mit Buckelwalgesang. Hier zum Beispiel der Trommel. Da spielt mein Herz diese Trommel an. Ich gehe hier zurück. Ich kann Regen anspielen. Alle Klänge, das ist unbegrenzt. Das ist hier Wahlgesang. Und wenn ich sehe, dass das Herz aufgeht, dann sehe ich wissenschaftlich, und da pinkelt mir keiner ans Bein, weil es gibt inzwischen 23.000 Studien, die sagen, je besser deine Herzratmobilität, desto besser für dich. Außer ein Mediziner weiß nicht, woran er spricht. Aber das Problem ist, dass die meisten, die Medizin studieren, keine Ahnung von der Herzratmobilität haben. Mir hat letztes Mal ein Arzt gesagt, er hat nach sieben Jahren im Studium, hatte er eine einzige Stunde, die sich mit Gesundheit beschäftigt hat. Und alle anderen haben sich mit Krankheit beschäftigt. Und ich versuche hier in meiner Arbeit, ich finde das Medizinstudium das Schönste, was es gibt, und würde es am liebsten selber jetzt machen. Aber für mich ist eben wichtig, ich möchte die Lebendigkeit und die Schönheit des Menschen aufzeigen. Und egal, solange dein Herz schlägt, kann man unglaublich viel machen. Wir hatten ein Mädchen, das ist im Wachkoma aufgewacht. Ich kann zwei Menschen anschließen, dich mit deiner Frau, mit deinem Kind, mit deiner Nachbarin oder mit deinem Hund, und nehme von beidem die Herzschwingung und die zwei Herzen fangen an, sich zu hören. Du hörst es natürlich über das Ohr, aber du hörst den anderen Menschen und du fängst an, mit den Menschen zu schwingen. Und das ist so was unglaublich Schönes. Und von dem Ansatz kann man natürlich, hier Herzharmonik, das heißt, ich schließe hier Frau und Mann, ich habe Therapeuten, die machen nur Paartherapie damit zum Beispiel. Oder wir hatten eine Klinik, da hat man Frauen angeschlossen während der Geburt, wenn der Muttermund vier Zentimeter offen war, hat man eine Studie gemacht, eineinhalb Jahre lang, und ein Drittel der Frauen ist in der Öffnungsphase, die ja sehr schmerzvoll ist, falls ihr schon mal bei der Geburt dabei wart, ich habe vier Kinderlein, und durfte das erleben, das sind ein Drittel der Frauen eingeschlafen, und der Schmerzwert ist bis zu 70 Prozent runtergegangen. Und ich sage aber nicht, dass wir jetzt irgendwelche unglaubliche Heilung machen, weil ich sage immer, ich habe von Heilung keine Ahnung. Ich sage, dein Körper hat eine Intelligenz, die wir alle gar nicht annähernd begreifen können. Und die möchte ich in Klang und Licht umwandeln. Ich kann noch kurz mal was zeigen. Ich zum Beispiel begeige, glaube ich, ist mein Puls jetzt ein bisschen zu schnell. Aber was zum Beispiel schön ist, machen wir mal ein bisschen was Japanisches, wenn wir gerade ein Emoto hatten. Passt auch schön zur, wenn wir so ein bisschen ethnische Klänge haben. Hier haben wir wieder diese Taika-Trommel, die verwende ich einfach oft. Ich kann die Nachtigall anspielen. Und vielleicht hier kurz zum Hintergrund, damit ihr das seht, dass ich da nicht das gestern Abend programmiert habe. Ihr seht hier, wie mein Herz spielt. Mein Herz drückt die Tasten. Und ich kann nicht sagen zu meinem Herz, hallo, jetzt drückt nochmal das G. Hey, wo ist das G? Wieso bist du jetzt schon wieder auf dem E? Und jetzt bist du beim H und jetzt bist du beim C. Vor allem, das Herz bestimmt das selber. Also das Herz hat seine eigene Intelligenz. Und man sagt ja auf Deutsch, hör auf dein Herz und so weiter. Und das heißt, du kannst, der Therapeut wird wie zum Dirigent des Herzens. Und das Herz, der Musiker ist der Patient, wenn man so möchte. Ja, das ist ja eine hochspannende Geschichte, dass wir auch mit unserer eigenen Körperintelligenz hier arbeiten können. Und die weiß genau, was sie zu tun hat. Und du hast ja so schöne Beispiele auf deiner Webseite, die werden wir zum Schluss noch zeigen und einblenden dann, dass man sieht, wenn eine Mutter beim Stillen z.B. miteinander angeschlossen sind, was das für ein Orchester gibt. Das ist unglaublich. Vielleicht kannst du da ein oder anderes Beispiel nochmal raussuchen. Weil ich würde gerne jetzt nochmal zum Alfons schwenken. Alfons, wenn du sowas siehst, ich weiß nicht, hast du das schon gekannt? Was sagst du dazu? Das ist das, was man eigentlich gewusst hat, dass das ist, oder? Das Herz mehr weiß als wie unser Verstand. Definitiv, ja. Also, einige Lieder schon geschrieben, wo eben auch so, wie der Rasmus gesagt hat, Herr auf dein Herz. Weil das ja letztlich das ist, was, wir werden geboren. Also, beziehungsweise, das, glaube ich, das Erste, was funktioniert, ist ja unser Herzschlag, wenn wir entstehen oder sowas. So stelle ich mir vor. Und mit all diesen Herzschlägen, die wir durchs ganze Leben gehen oder sowas, nehmen wir ja alles zu mit, was wir erlebt haben. Und das zeigt sich dann auch wieder im Menschen, in dem, wie der Mensch wirkt, in dem, was der Mensch ist und auch in der Musik, die der Mensch macht. Also, mich interessiert das schon ewig lang, dieses Berühren wollen. Auch über die Musik berühren wollen, das Herz von den Menschen. Der Alfons macht ja auch noch mit der Masertram. Du hast ja auch Leute unter dieser Trommel, die du bespielst oder die du über Schwingungen dann, ich weiß nicht sagen, behandelst oder sich behandeln lassen. Im Grunde genommen ist es ja, eben auch dieses Wort heilen ist ja schon gekommen oder sowas. Ich glaube, dass das alles nur ein schöner Anstoß ist, den Menschen wieder zu sich zu bringen, dass es sich selber wieder erfährt und auch vielleicht wieder ein bisschen näher zu seinen Kräften kommt, weil die Heilkraft in uns ist unbandig. Also, es gibt nichts. Und wenn ich das so höre, dass in der Medizin, im Studium, boah, so viel Zeit verwendet wird mit Krankheit und nicht mit Gesundheit oder so, das ist spooky ein bisschen. Aber das ist wirklich so, da müssen wir mich jetzt einspringen für die Gesundheit. Genau. Die Opa ist ja praktisch unser indigener Obertongesang, den wir schon immer haben. Also gerade dieses Kehlkopf-Überschlags-Fanatismus, diese Kommunikation auf einer ganz anderen Frequenzebene. Einfach, du hast ja, glaube ich, nur ein Lied geschrieben, wenn ich das weiß, heißt nur zu Gast, habe ich das richtig rausgesucht. Ja, genau. Nur zu Gast auf dieser Welt halt. Genau. Und das würden wir gerne hören, wenn wir wieder was von der Theorie ins Herz bringen. Ins Herz bringen, ja. Genau. Das ist ja, glaube ich. Als Lieben bitt uns alles so, Gutes oder Schlechtes. Wenn man die Wahl hat, nimmt man doch sicherlich nur das Beste. Doch manchmal kommst nicht aus, da wird's dir einfach gehen. Dann stellt man sich die Frage nur, was steuert unser Leben? Musik Twoi dieser runder Lebensboi, sie trat sie unentwegt. Und jeder moand auf seine Weiß, dass er die Wald bewegt. Die Erde traut sie ohne uns, genauso schneide ich. Bin nur zu Gast für kurze Zeit, dann muss ich wieder gehen. Musik So hinterlassen wir alle Spuren, die sie weiter ziehen. Und unsere Kinder reich belohnt, die Wege weiter führen. Musik Drum sollt man in die Zukunft schauen, die Macht, die haben bloß wir. Dass unsere Enkelkinder auch den Erdenzauber spüren. Musik Die Woi dieser runder Lebensboi, sie trat sie unentwegt. Und jeder moand auf seine Weiß, dass er die Wald bewegt. Musik Die Erden traut sie ohne uns, genauso schneide ich. Musik Bin nur zu Gast für kurze Zeit, dann muss ich wieder gehen. Musik Bin nur zu Gast für kurze Zeit, dann muss ich wieder gehen. Musik Und Rasmus, du hast ja bestimmt ein paar Sachen vorbereitet von deinen Aufzeiten. Musik Zum Beispiel Mutter, Kind oder ich weiß nicht, wo wir uns noch mal ein paar Klänge anhören können, wie das Herz jetzt mal hier auf uns einwirkt. Okay, eine Sekunde. Ganz kurz schauen. Und dann wird der Manfred auch noch mal ein Lied spielen. Du hast ja auch was vorbereitet, glaube ich. Eine neue Welt. Also das ist jetzt ein Stück, das spiele ich eigentlich am liebsten. Okay. Das ist eine Mutter und ein Kind. Und da habe ich auch ein Wasserkristall noch dazu gemacht. Jetzt muss ich kurz den Bildschirm wieder freigeben, damit das funktioniert. Moment, das ist hier. Und so, jetzt müsst ihr das sehen. Genau. Also das ist die Mutter mit dem Kind. Beide sind mit Elektroden angeschlossen. Das einfach auf dem Oberkörper von beiden Menschen sind einfach diese Elektroden und können eben diese Ableitungen machen. Die Mutter spielt die Bratsche oder die Viola und die Kleine spielt die Geige. Das wurde während dem Stillen aufgenommen. Und wie gesagt, das ist nicht irgendwie komponiert. Und es gibt auch nicht den Gleichklang, weil wir glauben immer, gleich gibt es im Universum nicht, sondern es gibt diesen Mitnahmeeffekt. Wissenschaftlich nennt man das Entrainment. Das heißt, der eine reagiert auf den anderen. Das ist so wie beim Tanzen. Das Schlimmste ist der Gleichschritt. Das wird ja schön missbraucht. Aber das Schöne ist eben, wenn wir zusammen tanzen oder reagieren. Wir tanzen ja nicht genau gleich, aber wir reagieren aufeinander. Und das ist eben dann diese Kohärenz, die entsteht. Und das kann man hier ganz schön bei dieser Mutter und dem Kind hören. Und zu den Wasserkristallen von Emoto. Das Tolle ist eben, dass ich bisher immer, also wirklich ausnahmslos, die älteste Frau war 103 Jahre alt und das jüngste Baby war gerade auf der Welt, konnte ich immer schöne Wasserkristalle machen mit dieser Herzschwingung. Also dann spiele ich euch das mal vor. Hören wir, ob es funktioniert. Und das ist jetzt schon. Und das ist jetzt schon ein bisschen zu sagen. Ich weiß nicht, dass ich jetzt hier unten sehen kann. Also dann können wir uns jetzt hier anzeigen. Ich weiß nicht, dass ich jetzt hier unten sehe. Ja, und ich glaube, man kann, also man kann, glaube ich, schon sehr schön hören, dass die eben zusammen spielen und dass die reagieren drauf. Und ja, wie vorhin habe ich das kurz gezeigt, dass wir hier in der Klinik in Rom wunderschön, was das für Ergebnisse gegeben hat. Jetzt muss ich gerade schauen, ob ich hier noch Klangbeispiele habe. Ah, nein, das ist ein anderes Beispiel. Ja, da müsste ich auf meine Webseite ganz kurz gehen. Aber auf der Webseite sieht man viele Beispiele. Ich weiß nicht, ob ihr das gerne hören möchtet, aber vielleicht ist das ein guter Anreiz. Dann könnt ihr das mal hören. Und da habe ich, ja, zum Teil ist das, klingt das wie Filmmusik, ganz dramatisch. Und manchmal ist es auch disharmonisch. Wenn ich zwei Menschen zusammenschließe und beide im Kopf sind, dann kann man sich das kaum anhören. Und dann muss man erst sagen, okay, der eine soll mal erst sich finden und die andere vielleicht auch. Und dann ist es wie beim Tanzen. Dann muss vielleicht die eine oder der andere mal ein bisschen führen. Und dann plötzlich fängt das Ganze an, sich aufeinander zu reagieren. Ja, das ist unglaublich. Manchmal sehr harte Arbeit, weil man sehr bewegt wird. Also es ist oft, da denkt man sich, hui, da geht natürlich Schleusen auf. Aber ja, das ist natürlich auch schön. Ja, ich sehe das auch in dieser Sendung. Wir brauchen nächstes Mal viel mehr, sage ich mal, Schneidstücheln. Eben rennt da das Wasser runter. Auto, ja. Ja, ja. Klar, aber diese Emotionen, wir sind ja auch hier da oben, nicht im Verstand, sage ich mal permanent. Wir wollen ja Emotionen, wir wollen ja hier diese Gefühle haben. Wir wollen ja hier nicht permanent in der Wut sein oder irgendwas, sondern wir wollen ja das fließen lassen, oder? Musik ist ja etwas da, was etwas fließen lässt. Wenn ich den Kopf ausschalten kann, Klänge für die Seele. Manfred, du auch als Musiker, als jemand, der immer ins Herz auch reingeht und ja, auch im Leben rauf und runter und alle diese Dinge mitmacht, aber dein Herz hängt ja auch an der Musik. Und du hast uns ja bestimmt auch zu diesem Thema für eine neue Welt, für dieses neue Gefühl, für diese Klänge für die Seele auch was mitgebracht, oder? Ja, ganz passend dazu wäre ein schönes Lied, das ich da gefunden habe, Bewege dein Herz zum Hirn und schicke beide auf die Reise. Okay. So. Die andere Sprache, der andere Stil, Die andere Meinung, das andere Gefühl, Die endlose Wüste, das ewige Eis, Das streben nach mehr, um jeden Preis. Alles hat mindestens zwei Seiten auf einen Erfolg, Folgen oft hundert Pleiten. Du machst auf cool und suchst nach Wärme, Du bist nah dran, doch du schaufst in die Ferne, Beweg dein Herz zum Hirn, Schick beide auf die Reise, Tanz, 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 Aber dreh dich nicht, Dreh dich nicht im Kreise, Aufgaben lösen oder nicht, Keine Frage der Cleverness, Eher der Sicht, Hält die Welt dich gefangen oder gibt sie dir Halt? Interessiert dich dein Nachbar oder lässt er dich kalt? Wie das meiste, was dir täglich am Bildschirm erscheint? Und du reagierst nur, weil irgendwer meint, Dass man dieses oder jenes jetzt gut finden muss, Und du es dir reinziehst, Bis zum Schluss und dann sitzt du, Völlig gelähmt wie ein Tiger im Zirkus, Endgültig gezähmt, Bewege dein Herz zum Hirn, Schick beide auf die Reise, Tanz, 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 Aber dreh dich nicht, Dreh dich nicht im Kreise, Erzähl was von dir, Was dich wirklich berührt, Und dem, der dir zuhört, Nicht die Kehle zuschnürt, Denn wenn um dich herum Alles erstickt bekommst, Du selbst auch bald keine Luft mehr, Die Angst vor der Blöße, Die Angst vor dem Tod, Reicht für ein Leben, Als verklemmter Idiot, Bewege dein Herz zum Hirn, Schick beide auf die Reise, Tanz, 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 Aber dreh dich nicht, Dreh dich nicht im Kreise, Bewege dein Herz zum Hirn, Bewege dein Herz zum Hirn, Schick beide auf die Reise, Tanz, 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 Aber dreh dich nicht, Dreh dich nicht im Kreise, Dreh dich nicht im Kreise, Ja, das haben wir heute gemacht in der Sendung, Eher unser Hirn zum Herz bewegt, Mit Sicherheit auch ein guter Platz, Wir haben gesehen, Wir haben gesehen, dass wichtig ist, Der Sound fürs Herz, Die Klänge für die Seele, Und wir könnten da noch stundenlang weiter musizieren und spielen, Bis uns Wasser ausgeht, Bis uns Wasser ausgeht, Aber meine 75% sind schon ziemlich runter, Und wir sind aber leider schon wieder am Ende dieser Sendung angekommen, Und ich bedanke mich sehr herzlich bei euch, Dass ihr uns da hier so weit berührt habt, Und ich bedanke mich auch bei euch, liebe Zuseher, Dass ihr wieder dabei wart bei Wurzelheimat, Und ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet, Wenn wir dieses Unbekannte erkunden, Herzlichen Dank. Ich geh'n Gedanken auf der Straße entlang, Frag' mich, warum san' so viel Menschen heut' krank, Ka'n Mann am Morgen ist heut' so g'sund, wie's is' gehrt, Kann das sein, Ist keiner in sich eine her. Bis zum nächsten Mal.